Hallo zusammen, mein Name ist Ina Kaplan. Ich spiele in der Bundesliga im WC Siegtal, bin mehrfache deutsche Meisterin und Vize-Europameisterin. Ich freue mich, Teil des Teams zu sein, Teil des DWJ Bootcamps zu sein und mit euch meine Erfahrungen, mein Wissen zu teilen und euch kennenzulernen. Ich freue mich auf euch. Hi, liebe Beertfreundinnen und Beertfreunde. Mein Name ist André Lackner. Ich spiele seit 17 Jahren Poolbeert und kann bisher als meine größten Erfolge drei deutsche Meistertitel bei den Herren vorweisen. Außerdem konnte ich einige gute Ergebnisse und tolle Erfahrungen sammeln bei internationalen Turnieren. Diese Erfahrungen möchte ich hier mit euch teilen, um zu schauen, wie wir gemeinsam gut gelaunt und motiviert aus unserem Beert-Timeout rauskommen. Darauf freue ich mich. Bis dann! Hallo zusammen, mein Name ist Erik Tombö. Ich komme aus Düren in der Nähe von Köln und wir sprechen hier über das coolste Spiel der Welt. Begrüßen möchte ich euch mit meiner Version des Railroad Trick Schatz. Viel Spaß! Schatz. Viel Spaß! Schatz. 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 Mein Name ist Johannes Bangen und ich gebe immer 110 Prozent. Wenn auch ihr immer 110 Prozent geben wollt, schaltet ein. Hallo, mein Name ist Daniel Alvarez und ich bin seit über 30 Jahren als Billard Trainer in Billard Deutschland unterwegs. Wenn du wissen willst, warum ich Trainer geworden bin oder du vielleicht möchtest, dass Billard zukünftig an einer Schule in einer Sport AG unterrichtet wird, dann frag mich. Ich kann dir helfen. Schatz. Dann mach jetzt ein bisschen oben, ich gebe euch. Vielen Dank.